Hallo, ich bin die Ann-Kathrin, bin 33 Jahre alt, Mama von zwei Kindern verheiratet, Religionspädagogin vom Beruf und seit Februar die Chefin der Metzgerei Teil. Ich finde, das Jahr 2020 war wahnsinnig anstrengend. Es war so mit Unsicherheit geprägt. Man wusste nicht, was kommen wird. Man konnte nicht planen, welche neuen Regelungen, neue Einschränkungen, wie sich die Zahlen verändern werden. Wahnsinnig viele Unsicherheiten. Deshalb ist mein größter Wunsch für Weihnachten 2020 endlich wieder Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Wissen, woran man ist, nicht ständig Termine zu verschieben und abzusagen. Und das gilt für alle Lebensbereiche bei mir, für die Familie, für die Schule und auch für die Metzgerei. Verlässlichkeit und Planungssicherheit, mein Wunsch für Weihnachten 2020.